Es ist schon vier Monate her, als ich den zweiten Teil von europäischen Nationalmannschaften ranken gemacht habe. Das ist so lange her, dass ich währenddessen sogar eine Freundin hatte. Was für eine Ironie. Auch hatte ich zu dem Zeitpunkt insgesamt 5000 Abonnenten und jetzt sogar 8000 Abonnenten. Ich bin euch unendlich dankbar. Jetzt fragt ihr euch, warum hat es so lange gedauert? Wie ihr wisst, geht dieses Ranking-Serie schon sehr lange von der Videolänge her. Der zweite Teil ging beispielsweise 35 Minuten über eine halbe Stunde. Um so ein Werk auf die Beine zu stellen, brauche ich für Recherche, Skript, Aufnahmen und Schritt mehrere Tage und Nächte. Vor allem, wenn man noch währenddessen arbeiten, Freizeit und zur Schule gehen muss, verlängert es diesen Prozess. Gleichzeitig werde ich dann für eine Woche sehr inaktiv sein, da ich während ich an einem Video sitze, nicht gleichzeitig noch an einem zweiten Video sitzen kann. Bis ich denn dieses Video fertig habe, vergehen Tage ohne ein anderes Video und das könnte mein Kanal schaden, da Inaktivität auf YouTube bestraft wird. Auch dürft ihr nicht vergessen, dass ich an meinen Videos überhaupt kein Geld verdiene oder nicht so viel, dass es sich lohnen würde. Größtenteils offere ich dafür meine Freizeit für ein paar hundert Klicks. Ich mache für euch diese Videos gerne und mir machen sie auch persönlich ultra viel Spaß. Aber für große Projekte wie dieses hier nimmt es meine Motivation. Deshalb, wenn ihr meine Videos feiert und meine Arbeit belohnen wollt, dann würde ich mich über ein Like, über ein Abo und ein Kommentar, einen sinnvollen Kommentar NN und eine Weiterempfehlung an eure Freunde und andere Fußballfans freuen. Für diejenigen, die schon bereits ohne meine Aufforderung alles gemacht haben, dem bin ich auch natürlich furchtbar dankbar. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. In diesem Format ranke ich alle europäischen Herren Fußballnationalmannschaften nach ihrer All-Time-Stärke. Hier geht es nicht um die aktuelle Leistung und auch nicht die Stärke ihrer Prime, sondern es geht hier um die allgemeine Stärke von Nationen in Europa. Und wenn ich Europa sage, dann meine ich nicht die geografische Definition, sondern die der UEFA. Auch wenn Israel oder die Republik Zypern geografisch gesehen nicht zu Europa gehören, sind sie Teil der UEFA und somit in meinem Video eine europäische Nationalmannschaft. Wenn ihr wissen wollt, warum Israel eigentlich UEFA-Mitglied ist, dann klickt hier oben in der Infobox. Auch wichtig ist zu erwähnen, dass auch Nationalmannschaften mit reingenommen werden, die heute nicht mehr existieren. Ehemalige Staaten, die man nicht so vernünftig irgendwo zurechnen kann, wie die DDR oder Saarland, habe ich einzeln gerankt. Ehemalige Länder wie die Sowjetunion, die Scheche-Slowakei oder Jugoslawien werden nicht einzeln gerankt, sondern dessen Erfolge und Titel werden dessen offiziellen Nachfolgerverband zugerechnet. Wer euch fragt, warum, dann guckt euch das erste Video an, da erläutere ich meine Gründe genau. Es gibt noch viele weitere Regeln und Kriterien für dieses Ranking, was ihr eigentlich unbedingt wissen müsst. Jedoch geht das Video jetzt schon viel zu lange und ich habe keine Lust, immer und immer wieder dieselben Regeln zu wiederholen. Deshalb, bevor ihr in den Kommentaren euch beschwert, dann schaut euch erst den ersten Teil an oder guckt hier unten in der Beschreibung. Dort sind alle relevanten Regeln nochmal unten notiert. Falls dazu noch irgendwelche Fragen, vielleicht auch Kritik, dann gerne immer her damit in die Kommentare. Ich werde versuchen, darauf einzugehen. Hier sind nochmal alle Länder aufgelistet, die noch im Rennen sind und wir legen einfach mal los. In Teil 3 unserer Serie ranke ich alle europäischen Nationalmannschaften nach ihrer All-Time-Stärke. Dieses Mal von Platz 20 bis Platz 11. Platz 20, Bulgarien. Bulgarien, amtlich Europolik Bulgarien, ist ein südosteuropäisches Land, das östlich auf der Balkanhalbinsel liegt. Dieses Land gehört nicht nur zur Europäischen Union, sondern gehört bei mir unter den Top 20 der besten europäischen Nationalmannschaften aller Zeiten. Ich weiß nicht, ob das kontrovers ist, vor allem weil mein Ranking Griechenland, Schorland und die Türkei hinter Bulgarien sind und ich glaube, dass ihr mindestens die Türkei vor Bulgarien seht. Ich habe beim Erstellen dieser Liste die beiden Plätze auch immer und immer wieder hin und her getauscht. Bulgarien und die Türkei, Platz 20 und Platz 21. Aber am Ende habe ich mich entschieden, Bulgarien auf Platz 20 zu packen und bin dabei geblieben und werde es auch jetzt so belassen. Die Bulgarische Fußball-Nationalmannschaft wurde 1922 gegründet und es entstand ein Jahr später, 1923, der Bulgarische Fußballverband. Als von der FIFA die allererste Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 1930 angekündigt wurde, wollte Bulgarien unbedingt daran teilnehmen, aber aufgrund des großen Aufwandes nach Uruguay zu kommen, hat man sich dagegen entschieden. Danach nahm Bulgarien erstmal 30 Jahre lang an keinem großen Turnier mehr teil und scheiterte immer wieder knapp in der Quali. Das einzige Turnier, wo der Bulgarische Fußball zu dieser Zeit aktiv war, war beim kleinen Balkan Cup, den man insgesamt viermal gewinnen konnte. Bulgarien qualifizierte sich nach langen Warten, sich 1962 das erste Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft, aber scheiterte in der Vorrunde. Es folgten noch ein paar Teilnahmen hintereinander, 1966, 1970 und 1974, wo man jedoch jedes Mal in der Gruppenphase ausschied. Mit mehreren Jahren Pause qualifizierte sich Bulgarien 1986 wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Als bester Gruppendritter kamen sie erstmals ins Achtelfinale, wo man sich aber 2 zu 0 an Gastgeber Mexiko geschlagen geben musste. Nach einer WM-Pause qualifizierte sich Bulgarien 1994 wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft und legte dort mit ihrer goldenen Generation die beste WM-Performance ihres Landes ein. In der Gruppenphase ärgerte man Vize-Weltmeister Argentinien und kam dort als Gruppenzweiter in der absoluten Todesgruppe ins Achtelfinale. Man überstand das Achtelfinale und schlug im Viertelfinale den amtierenden Weltmeister Deutsch an und stand 1994 erstmals im Halbfinale. Das verlor man allerdings gegen Italien durch ein Doppelpack von Roberto Baggio und Bulgarien schied aus dem Turnier aus. Es gab noch zwar ein Spiel um Platz 3, aber dies verlor man jedoch 4 zu 0 gegen die Schweden. Auch wenn das Land noch nicht mal mit einer Bronzemedaille belohnt wurde, gewann im selben Jahr Christo Stolchkopf als erster und einziger Bulgare den Ballon d'Or. 1996 und 2004 qualifizierte sich die Löwen zum ersten und zum zweiten und zum letzten Mal für eine Fußball-Europameisterschaft, bei dieser scheitert man jeweils in der Gruppenphase. Ab 2002 begann dann die Dürre und man konnte sich nie mehr für ein großes Turnier begeistern. Der höchste Weltranglistenplatz holte Bulgarien im Juni 1995 mit Platz 8 und der niedrigste Weltranglistenplatz war Platz 96 im Mai 2012. Platz 19, Österreich Österreich, amtlich, Republik Österreich oder einfach nur Deutschland mit Bergen und mit einer schlimmeren Sprache, ist ein mitteleuropäischer Binnstadt mit rund 8,9 Millionen Einwohnern. Am 18. März 1904 wurde der ÖFB, der österreichische Fußballbund, gegründet und man schuf eine Nationalmannschaft, die für echte Furore sorgen sollte. In den 1930er Jahren unter Hugo Meisel entwickelt sich die österreichische Nationalmannschaft zu einer der stärksten und dominantesten Teams Europas. Das Wunderteam mit Legende Matthias Sindelar gilt als einer der ersten goldenen Generationen, die nicht von der Insel stammen. Am 16. Mai 1931 besiegt das Wunderteam als erstes nicht von der britischen Insel stammende Land die Schotten. Durch dieses hervorragende 5 zu 0 und da die Schotten zu diesem Zeitpunkt auch noch inoffizieller Fußballweltmeister war, ging dieser Titel an Österreich über. Der erste Auftritt auf internationaler Bühne bekam Österreich 1934, als sie sich erstmals für eine Fußballweltmeisterschaft qualifizierten und dort sogar das Halbfinale erreichte. Im Spiel um Platz 3 unterlag man jedoch 2 zu 3 Deutschland und man wurde am Ende nur in Anführungszeichen Vierter. Bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Deutschland kam Österreich bis ins Endspiel und holte nach einer Niederlage gegen Italiener Silber. Eigentlich hätte es aber für Österreich schon im Viertelfinale Schluss gewesen sein, als man 4 zu 2 gegen Peruana unterlag. Adolf Hitler gefiel dies aber nicht wirklich und annullierte das Spiel und disqualifizierte die Mannschaft aus Peru. 1938 war Österreich eigentlich für das zweite Mal für eine Fußballweltmeisterschaft qualifiziert gewesen, aber nachdem man sich im März 1938 an Nazi-Deutschland anschloss, wurde die Nationalmannschaft Österreichs eingestampft und man konnte nicht mehr am Turnier teilnehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Österreich wieder von Deutschland getrennt, sodass man 1954 wieder an der nächsten Fußballweltmeisterschaft teilnehmen durfte und sogar am Ende des Turniers mit einer Bronzemedaille nach Hause gehen durfte. Österreich qualifizierte sich danach noch 5 Mal für eine Fußballweltmeisterschaft, schaffte es aber nie mehr über die Gruppenphase hinaus. Für eine Fußball-Europameisterschaft konnte sich Österreich insgesamt 3 Mal qualifizieren, kam aber nur 2021 eine Runde weiter. Die Bilanz von Österreich aus 809 Länderspielen sieht wie folgt aus. 338 Siege, 173 Unentschieden und 298 Niederlagen. Der höchste Sieg war in 9 zu 0 gegen Malta 1977 und die höchste Niederlage war in 1 zu 11 gegen England 1908. Platz 18, Rumänien Rumänien ist ein südosteuropäisches Land, das nordöstlich auf der Balkanhalbinsel liegt. Der Rumänische Fußballverband wurde zwar 1909 gegründet, aber wurde erst 1923 Mitglied im Weltfußballverband der FIFA. Rumänien nahm an den ersten drei Fußballweltmeisterschaften 1930, 1934 und 1938 teil, schief aber immer jeweils in der ersten Runde aus. Bis auf ein paar Olympia-Fußballturniere und die Fußballweltmeisterschaft 1970 hatte es lange gedauert, bis sich Rumänien sich wieder international beweisen konnte. 1984 qualifizierte sich Rumänien das allererste Mal für eine Fußball-Europameisterschaft, schief dort jedoch als Gruppenletzter nach Vorrunde aus. Dann kamen die 1990er Jahren die goldene Zeit des rumänischen Fußballs. Zusammen mit vielen rumänischen Talenten wie George Hagi qualifizierte sich Rumänien sich sowohl für die WM 1990, 1994 und 1998 und kam jeweils immer über die Gruppenphase hinaus. Die erfolgreichste davon war die WM 1994 in den USA, als man mit einem Kader voller blond gefärbten Spielern bis ins Viertelfinale vorstoßen konnte. Das letzte große Turnier, wo die Rumänen super erfolgreich waren, war die Euro 2000 in den Beloukstaaten Belgien und Niederlande, wo sie zum ersten und zum letzten Mal die Gruppenphase überstanden und bis ins Viertelfinale einzogen. Einen großen Titel haben sie per se nie gewonnen, aber dafür gelten sie mit vier Balkan Cup Triumphen als einer der besten Teams auf der Halbinsel. Die höchste Weltranglistenplatzierung jemals war im September 1997, als Rumänien Dritter wurde und der niedrigste war Platz 57 im Februar 2011 und im September 2012. Platz 17, Polen Polen, amtlich Republik Polen, ist ein Land im Mitteleuropa und gehört zur Europäischen Union. Der polnische Fußballverband und dessen zugehörige Fußballnationalmannschaft wurde am 20. Dezember 1919 in Krakau gegründet und trat 1923 der FIFA und 1955 der UE vorbei. Die erste Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft war die 1938 in Frankreich. Bei dieser gab es keine Krummspiele, weshalb es direkt in der K.O.-Runde losging. Direkt in der ersten Runde flog Polen nach einem spannenden, dramatischen und knappen 5 zu 6 in der Verlängerung gegen Brasilien raus. Nach dieser WM blieb Polen erstmals mehrere Jahrzehnte lang ohne jegliche Teilnahme. Erst 1974 in Deutschland konnten sich die Polen wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Ab diesem Zeitpunkt wurde die goldene Ära von Polen geprägt und man konnte sich 1974, 1978 und 1982 und 1986 viermal hintereinander für eine WM qualifizieren. 1974 in Deutschland und 1982 in Spanien wurde die polnische Mannschaft sogar Dritter. Auch erfolgreich war Polen bei den Olympischen Sommerspielen. Dort holten sie im Männerfußball 1976 Silber, 1972 sogar Gold. Polen konnte sich nach der goldenen Ära insgesamt viermal wieder für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren, aber schaffte es bei diesen nie über die Gruppenphase hinaus. Für eine Fußball-Europa-Meisterschaft konnte sich Polen erst 2008 das erste Mal qualifizieren, war auch seitdem immer für dieses Turnier qualifiziert gewesen, aber schaffte es nur 2016 über die Gruppenphase hinaus und schaffte dort im Viertelfinale gegen den späteren Turniersieger Portugal im Elfmeterschießen 3 zu 5. Polens höchster Weltranglistenplatz war Rang 5 im August 2017 und der niedrigste war Platz 78 im November 2013. Platz 16, die Schweiz. Die Schweiz, amtlich schweizerische Eidgenossenschaft, ist ein föderalistischer und demokratischer Staat im Mitteleuropa. Der Schweizerische Fußballverband ist eines der wenigen Verbände, die 1904 an der Gründung der FIFA beteiligt waren. Das erste offizielle Länderspiel absolvierten die Schweiz ein Jahr später, 1905, gegen die Franzosen, gegen die man jedoch 1 zu 0 verloren hat. Die Schweiz ist neben Russland 2021, Taiwan Zeit 1980 die einzige Nation, die immer unter neutraler Flagge spielt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der erste große Erfolg im Fußball waren die Olympischen Spiele 1924, wo die Schweiz zwar im Viertelfinale scheiterte, aber immerhin Silber holte. Die Schweiz nahm an insgesamt 11 Weltmeisterschaften teil und erreichte 1934, 1938 und 1954 mit der Viertelfinale-Teilnahme ihre beste Endrundenteilnahme bei einem Weltturnier. Bei der WM 2006 in Deutschland stellte die Schweiz einen Rekord auf, in dem sie aus einem Turnier ausgeschieden sind, obwohl sie kein einziges Gegentor in der regulären Spielzeit kassiert haben. Auch einen Rekord stellten die Schweizer bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika auf. Bis zum Kurbenspiel gegen Chile kassierten sie kein einziges Tor und bekamen dies erst in der 75. Spielminute, als der Chilene Marc-Gonzalez traf. Damit stellten die Schweizer einen WM-Endrunden-Rekord auf für aufeinanderfolgende Spielminuten ohne WM-Gegentreffer. Für die Fußball-Europameisterschaft konnte sich die Schweiz insgesamt 5 Mal qualifizieren. Die beste Leistung zeigte man 2021 an sich, als man den amtierenden Weltmeister im Elfmeterschießen schlug und erst im Viertelfinale von Spanien aufgehalten wurde. In der UEFA Nations League konnte die Schweiz bei ihrem ersten Auftritt 2019 die Gruppe in der Liga 1 überstehen und wurde am Ende Vierter. Der höchste weltweinlichsten Platz erreichten die Schweiz am August 1993, als man Dritter wurde und den niedrigsten Platz holte man Dezember 1998, als man 83. wurde. Platz 15. Kroatien Kroatien, amtlich Röbli Kroatien, ist ein Staat im Mittel- und Südosteuropa und ist nicht nur bekannt durch dessen schönen Stränden, sondern auch durch Erfindungen wie die Krawatte und des Fallschirms. Auch bekannt ist Kroatien durch ihre Nationalelf, die traditionell in rot-weiß karierten, Schachmuster ähnlichen Trikots spielen. Der kroatische Fußballverband wurde 1912 gegründet und trat 1941 erstmals der FIFA bei und bestritt als Bandschaft Kroatien am 2. April 1940 gegen die Schweiz ihr allererstes Länderspiel und gewann dieses 4 zu 0. Jedoch konnte Kroatien nur 14 Spiele als vollwertiges FIFA-Mitglied absolvieren. Durch die Eingliederung Kroatien in die föderative Volksrepublik Jugoslawien wurde die FIFA-Mitgliedschaft Kroatien entzogen und erlangte diese am 3. Juli 1992 nach ihrer Unabhängigkeit von Jugoslawien wieder zurück. Auch wurden die Kroaten erstmals 1993 in die UEFA aufgenommen und nahmen ein paar Jahre später an der Europameisterschaft 1996 teil, wo man sogar die Kruppenphase überstand, aber im Viertelfinale gegen die Deutschen Schluss war. Nicht nur für die EM 1996 in England, sondern auch für die darauffolgende Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich konnten sich die Kroaten erstmals qualifizieren. Bei dieser WM überstand man nicht nur die Kruppenphase, sondern man wurde am Ende Dritter. Der Oversuka der Kroate wurde mit 6 Treffern im Turnierverlauf Torstützenkönig und man konnte auf den Weg ins Halbfinale Deutschland mit 3 zu 0 besiegen. Mit einigen Aussetzern etablierte sich das Land als einer der größten Fußballnationen auf dem Kontinent. Bis 2000 qualifizierte sich Kroatien für jede Fußball-Europameisterschaft und kam bis 2004 und 2012 immer bis ins Viertel- und oder Achtelfinale. Genauso auch wie bei der EM konnte sich Kroatien insgesamt 6 Mal erfolgreich für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. 2018 sogar bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland konnten die karierten Ergebnisse der WM 1998 toppen und sie kamen als Riesenüberraschung bis ins Finale, schalten dort leider 4 zu 2 gegen Frankreich. Im selben Jahr gewann Luka Modric als erster Kroate überhaupt den Ballon d'Or, zwar wird dieser bis heute sehr kontrovers diskutiert, aber ich bin der Auffassung, man kann sich zwar darüber streiten, ob er der beste Spieler 2018 war, aber meiner Meinung nach ist dieser Ballon d'Or Sieg vollkommen verdient. Die höchste Weltanglistenplatzierung erreichten die Kroaten im Januar 1999 als ein Dritter wurde und der niedrigste im März 1994, dort war man auf Platz 125. Die Bilanz von Kroatien aus 348 offiziellen Länderspielen sieht wie folgt aus. 182 Siege, 92 Unentschieden und 74 Niederlagen. Der höchste Länderspiel-Sieg war in 10 zu 0 gegen San Marino und die höchste Niederlage war in 6 zu 0 gegen Spanien. Platz 14 Serbien, a.k.a. Serbien und Montenegro, a.k.a. Jugoslawien Serbien, amtlich Republik Serbien, ist ein Binnenstaat in Südosteuropa und liegt im Zentrum der Balkanhalbinsel. Serbien verändert sich in der Geschichte des Landes immer wieder. Von 1918 bis 1945 war Serbien Teil vom Königreich Jugoslawien, danach von 1945 bis 1992 Teil der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien und von 1992 bis 2006 als Teil von Serbien und Montenegro, auch als Restjugoslawien oder Bundesrepublik Jugoslawien bekannt. Nachdem Montenegro im Juni 2006 eigenständig wurde und auch der Kosovo 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien erklärt hatte, sieht Serbien heute so aus. Auch wenn andere Staaten wie Kroatien, Slowenien, Bosnien und Co. auch Teil von Jugoslawien waren, werden die Erfolge der Nationalmannschaft Jugoslawiens und Serbien und Montenegros ganz alleine dem serbischen Fußballverband zugeschrieben. 1918 wurde der jugoslawische Fußballverband unter den Namen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien gegründet und wurde 1919 in die FIFA aufgenommen. Die Nationalmannschaft, die ab 1929 als Jugoslawien bekannt geworden ist, qualifizierte sich insgesamt achtmal für eine Fußball-Weltmeisterschaft, erreichte 1930 sogar das Halbfinale und 1962 den vierten Platz. Das Land qualifizierte sich insgesamt viermal für eine EM, wo man 1960 und 1968 sogar Vize-Europameister wurde. Auch erfolgreich war Jugoslawien bei den Olympischen Sommerspielen, wo man insgesamt einmal Bronze, dreimal Silber und 1960 Gold im Männerfußball holen konnte. Nach der Auflösung des jugoslawischen Fußballverbandes entstand zwischen 1993 bis 2003 die Nationalmannschaft der Bundesrepublik Jugoslawien und 2003 bis 2006 die Nationalmannschaft von Serbien und Montenegro, die sich einmal für eine EM und zweimal für eine WM qualifizieren konnten, diese aber nicht so ganz erfolgreich ausging. Nach der Trennung von Montenegro entstand im selben Jahr der serbische Fußballverband, der als rechtlicher Nachfolger des jugoslawischen Fußballverbandes gilt. Serbien konnte sich zwar nie für eine Fußball-Europameisterschaft qualifizieren, dafür einmal 2010, 2018 und 2022 für eine Fußball-Weltmeisterschaft. Der höchste Weltranglistenplatz war Rang 6 im Dezember 1998 und der niedrigste war Rang 101 im Dezember 1994. Platz 13. Dänemark Dänemark ist ein skandinavisches Land in Nordmitteleuropa. Mit einer Fläche von 2,2 Millionen Quadratkilometern ist das Königreich Dänemark das flächenmäßig zwölftgrößte Land der Erde. Genauso auch wie das fast das zwölftbeste auf meiner Liste gewesen wäre. Dänemark gehört für mich zu den geschichtlich unterschätzten Fußballnationen auf unserem Kontinent. Der Dänische Fußballverband wurde am 18. Mai 1889 gegründet und ist mit 133 Jahren der fünftälteste nationale Fußballverband der Erde und der älteste außerhalb der Insel. Auch ist Dänemark sowohl Gründungsmitglied des 1904 gegründeten Weltfußballverband, als auch Gründungsmitglied der 1954 gegründeten UEFA. Genauso war Dänemark bei der allerersten Olympischen Fußballveranstaltung, wo man insgesamt dreimal in Laufe Silber und einmal Bronze holen konnte, dabei. Dänemark konnte sich erst 1986 erstmal zu einer WM qualifizieren und qualifizierte sich weitere sechs Male für dieses Turnier, wo das beste Ergebnis 1998 war mit dem Einzug ins Viertelfinale. Häufiger teilnehmen konnte Dänemark für den Europapokal der Nationalmannschaften, besser bekannt als die Fußball-Europameisterschaft. Bei ihrer allerersten Teilnahme 1964 kamen die Dän bis ins Halbfinale, wo sie nun 1984, 1992 und 2021 nochmal wiederholen konnten. Am krassesten war die Leistung bei der EAM 1992 in Schweden. Dort kam die Dänische Elf bis ins Endspiel, schlug dort den amtierenden Weltmeister Deutschland mit 2 zu 0 und gewann das erste Mal in ihrer Geschichte die Fußball-Europameisterschaft. Eigentlich war Dänemark 1992 eigentlich gar nicht für das Turnier qualifiziert gewesen. Da aber Jugoslawien aufgrund des Krieges im eigenen Land abziehen musste, durfte Dänemark erst nach ein paar Wochen als Ersatz von Jugoslawien bei dieser Europameisterschaft nachrücken. Ein paar Jahre später, 1995 in Saudi-Arabien, fand der FIFA-Konferationspokal statt, den Dänemark natürlich auch am Ende gewann. In der ELO-Weltrangliste konnte Dänemark 1912 und 1920 die Rangliste anführen, in der offiziellen FIFA-Weltrangliste konnte Dänemark zwar nie die Liste anführen, aber war 1997 immerhin mal Dritter. Der höchste Sieg Dänemarks war ein 17 zu 1 gegen Frankreich im Oktober 1908, was nicht nur der höchste Sieg der dänischen Fußballerswahl ist, sondern auch der höchste Sieg bei Olympia und der höchste einer europäischen Nationalmannschaft gegen eine andere europäische Nationalmannschaft jemals. Die höchste Niederlage war ein 8 zu 0 gegen das Deutsche Reich im Jahr 1937. Platz 12 Ungarn Ungarn, amtlich Ungarn, ist ein zentraleuropäischer Binnenstaat mit rund 9,7 Millionen Einwohnern. Obwohl Österreich und Ungarn zusammen die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn bildeten, hatten beide schon Anfang des 20. Jahrhunderts eine separate Fußballmannschaft, die beide auch Mitglied in der FIFA geworden sind. Zwischen 1927 und 1930 nahm Ungarn mit ein paar anderen Nationen am European International Cup of Nations teil, den man 1948-53 erstmals gewinnen konnte. Für eine WM konnte sich Ungarn 1934 erstmals qualifizieren, wo man erst im Viertelfinale gegen seinen Erzrivalen Österreich scheiterte. Vier Jahre später qualifizierte sich Ungarn für die Fußball-Weltmeisterschaft 1938 in Frankreich und machte dort ein starkes Turnier. Im Achtelfinale schlug man Indonesien 6 zu 0, im Viertelfinale die Schweiz 2 zu 0 und im Halbfinale Schweden 5 zu 1. Ungarn kam dort erstmals in ein WM-Finale, statt aber dort an Italien 4 zu 2. Mit mehreren gezwungenen Pausen in den 1940er Jahren aufgrund des Zweiten Weltkrieges entwickelt sich Anfang der 1950er Jahren eine ungarische Goldene Ära, die den Fußball entscheidend prägen sollte. Denn diese ungarische Mannschaft war vor allem wegen ihrer Dominanz und seinen Rieseneinfluss auf den Fußball bekannt geworden. Hier einfach mal ein paar Länderspielergebnisse der Goldenen Ära Ungarns in dieser Zeit. 8 zu 2 Sieg gegen Polen, 5 zu 0 Sieg gegen Bulgarien, Schweden und die Tschechoslowakei, 12 zu 0 Sieg gegen Albanien, 6 zu 0 Sieg gegen Polen, 8 zu 0 Sieg gegen Finnland, 5 zu 0 Sieg gegen die DDR, 7 zu 1 Sieg gegen die Türkei, 6 zu 0 Sieg gegen die Schweden, 5 zu 0 Sieg gegen die Tschechoslowakei, 6 zu 3 Sieg gegen England, nochmal ein 7 zu 1 Sieg gegen England, ein 9 zu 0 Sieg gegen Südkorea oder ein 8 zu 3 Sieg gegen Deutschland. Die Goldene Ära von Ungarn verlor zwischen Juni 1950 bis Juli 1954 nur ein einziges Spiel gegen die UDSSR, aber sonst waren sie unaufhaltsam. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 war Ungarn mit von der Partie, schlug dort wie gesagt Deutschland mit 8 zu 3 und Südkorea 9 zu 0 in der Gruppenphase und kam am Ende wieder ins WM-Finale. Dort traf man wieder auf die westdeutsche Elf und obwohl die Ungarn mit Puskas und Co. 2 zu 0 geführt haben, verloren sie am Ende das Finale in Bern mit 2 zu 3. Ein Finale, das bis heute noch von den deutschen Medien als das Wunder von Bern bezeichnet wird, aber das echt schon sehr viele Kontroversen hat. Bis heute konnte Ungarn sich insgesamt nochmal für eine WM und viermal für eine EM qualifizieren. Die erfolgreichste Europameisterschaft war die 1964, als man Dritter wurde. Bei den Olympischen Sommerspielen konnte Ungarn insgesamt dreimal Gold und mehrmals Silber holen und ist damit der Rekordsieger des Olympischen Männerfußballs. Auch hält Ungarn den WM-Rekord für den höchsten Sieg aller Zeiten, als er bei der WM 1982 gegen El Salvador 10 zu 0 gewann. Ungarns Bilanz aus 188 offiziellen Länderspielen sieht wie folgt aus. 461 Siege, 214 Unentschieden und 313 Niederlagen. Der höchste Sieg war ein 0 zu 12 gegen Russland, ein 13 zu 1 gegen Frankreich und ein 0 zu 12 gegen Albanien. Die höchste Niederlage war ein 8 zu 1 gegen die Niederlande. Platz 11, Belgien. Das Königreich Belgien ist ein föderaler Pommelstaat und liegt in Westeuropa. Obwohl Belgien mit einer Bevölkerung von 11,4 Millionen Einwohnern und einer Fläche von ca. 31.000 Quadratkilometern hat, besitzt Belgien seit Gründung des Verbandes 1895 eine recht gute Nationalmannschaft. Genauso wie Dänemark ist Belgien Gründungsmitglied der FIFA und der UEFA. Belgien ist ähnlich wie Schweden, Ungarn, Kroatien oder damals Jugoslawien, eine der Nationalmannschaften, die zwar regelmäßig zu den Besten der Welt gehörten, aber sich nie mit einem Titel belohnen konnten. Belgien konnte sich insgesamt 14 Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren, war sogar bei der ersten 1930 in Ungarn dabei, flog aber in der Gruppenphase mit 0 Punkten raus. Bei der nächsten WM 1934 und die darauffolgende WM 1938 war Belgien auch dabei und kamen bei den beiden jeweils in Achtelfinale. Zwischen 1950 bis 1978 konnte sich Belgien nur 2 Mal für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren und schaffte es bei den beiden nicht über die Gruppenphase hinaus zu kommen. Erst mit Anbruch der 1980er Jahre war der belgische Fußball zurück und man kam 1982 in die Zwischenrunde, 1986 wurde man Vierter, 1990 und 1994 kam man ins Achtelfinale, 1998 ist man leider wieder in der Gruppenphase ausgeschieden und 2002 kam man wieder ins Achtelfinale. Auch bei der Europameisterschaft kann man die Stärke Belgiens sehen. 1972 wurden sie Dritter, 1980 Zweiter und 2016, 2021 kamen sie bis ins Viertelfinale. Den einzigen nennenswerten Titel im Trophäenschrank der Belgier ist die Goldmedaille der Olympischen Sommerspiele 1920 im eigenen Land. In der FIFA-Weltrangliste stande Belgien seit 2018 mit Abstand auf Platz 1 und wurde erst vor kurzem von Brasilien überholt. In insgesamt 806 Länderspielen gewann Belgien, davon 356, spielte 170 mal unentschieden und 279 mal hat man verloren. Der höchste Sieg war ein 9 zu 0 gegen jeweils drei verschiedene Mannschaften und einmal 10 zu 1 gegen San Marino. Die höchste Länderspiel-Niederlage Belgiens war ein 1 zu 9 im Mai 1927 gegen England. Das waren jetzt die Plätze 20 bis 11. Ich hoffe, das lange Warten hat sich gelohnt. Wenn es gut läuft, versuche ich mich direkt an den finalen Part heranzusetzen, damit dieser hoffentlich vor den Herbstferien draußen ist. Wenn nicht, dann tut es mir leid. Meistens hat es, wie gesagt, zeitliche Gründe. Und ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Mich würde auch euer Ranking interessieren und auch für Diskussionen in den Kommentaren bin ich offen. Wenn ihr meine Arbeit hier unterstützen wollt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben, ein Abo und einen Kommentar von euch extremst freuen. Auch würde ich mich freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Dort antworte ich auf nahezu jede DM. In der Endcard ist eine Playlist verlinkt mit den anderen Teilen. Guckt euch gerne die mal an, wenn ihr die anderen noch nicht gesehen habt. Das war's im Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.